Manchmal gibt es Momente, in denen man glaubt, etwas mehr zu verstehen als sonst. Manchmal ist es ein Gefühl, das uns anders auf uns schauen muss, ohne Geschichte, ohne ein Narrativ. Adam, ein engagierter junger Mann, verliebt sich in Yoki, die gerne Lippenstift trägt. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Ich weiß doch, wer ich bin. Ich spiele überhaupt keine Rolle. Das hat mir ziemlich Angst gemacht. Ein leerer Körper, der nicht weiß, wie es weitergeht. Das will doch keiner sehen. Der Drang nach einem Narrativ, das unserem Leben eine Dramaturgie verleiht. Als Antwort auf die noch nicht gestellte Frage, warum eigentlich so? Adam, die wollen das hier alle sehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist die nächste Mal?